In diesem Video möchte ich Ihnen einen schnellen Weg zeigen, wie Sie die Audioqualität einer Videoproduktion verbessern können. Wenn ich Videos erstelle, nehme ich häufig erst die Videos auf, schreibe dann den Text und spreche den Text dann ein. Nachdem ich dann alle Video- und Audioschnipsel so arrangiert habe, wie ich das möchte, kümmere ich mich dann darum, die Audioqualität der Audiospur zu verbessern. Dafür exportiere ich zunächst die Audiospur. Hierfür gehe ich auf Share und dann auf Export Audio Only. Danach starte ich den Webbrowser und gehe auf auphonic.com. Auphonic ist ein Webdienst, bei dem Sie Audiodateien hochladen können. Diese werden im Anschluss von Auphonic automatisch bearbeitet und können dann wiederum heruntergeladen werden. Dieser Dienst wurde in erster Linie für Podcasterinnen und Podcaster entwickelt und eignet sich daher besonders für Sprachaufzeichnungen. Zunächst müssen Sie sich bei Auphonic mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Dann können Sie pro Monat zwei Stunden an Audiomaterial kostenfrei hochladen und bearbeiten lassen. Sollten Sie mehr als zwei Stunden Audiomaterial im Monat bearbeiten wollen, gibt es hierfür die Möglichkeit, ein entsprechendes Abonnement abzuschließen. Um eine neue Produktion zu starten, klicken Sie auf New Production. Unter Select File können Sie nun die Datei auswählen, die Sie hochladen möchten. Da dieser Dienst für Podcast-Produktionen gedacht ist, können wir den Großteil der möglichen Einstellungen einfach ignorieren. Lediglich bei Output File müssen wir das gewünschte Audioformat und die Bitrate einstellen. Ich entscheide mich für das MP3-Format mit einer Bitrate von 320 Kbit pro Sekunde. Danach kann ich noch festlegen, wie die bearbeitete Audiodatei heißen soll. Zuletzt wähle ich aus, was Auphonic mit der Audiodatei machen soll. In der Regel kann man die Voreinstellungen einfach übernehmen. Ich setze hier noch ein Häkchen, damit Hintergrundgeräusche bzw. Störgeräusche rausgefiltert werden. Nun klicke ich auf Start Production und nochmal auf Start Production. Nun wird die Audiodatei hochgeladen und im Anschluss bearbeitet. Dies kann je nach Länge der Audiodatei eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem die Datei hochgeladen wurde, kann ich das Browserfenster auch schließen. Auphonic benachrichtigt mich per E-Mail, wenn die Bearbeitungen abgeschlossen sind und ich die Datei herunterladen kann. Sind die Bearbeitungen beendet, kann ich mir das Ergebnis anhören, mit der Originaldatei vergleichen und das Ergebnis herunterladen. Nachdem ich die Datei heruntergeladen habe, kann ich sie in meine Videobearbeitungssoftware importieren. Bei Camtasia geht das hier unter Import Media. Im Anschluss erstelle ich eine neue Spur. Ziehe die Audiodatei in die neue Spur und deaktiviere die alte Audiospur. Im Anschluss kann ich die Produktion abschließen und die Videodatei erstellen. Newай 4 5 35 Package 7 9 9 10 11